Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Artikel erfüllt seine Funktion, jedoch hatte ich mehr erwartet. Es sieht so künstlich aus. Jedoch sind die Metallteile in Gold und somit passt es zur Handtasche. Okay, jedoch nicht ideal. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.